Es ist noch 25.86, herzlich willkommen zu Dragon's Dogmaid, zu Part 117 Und, ja, jetzt los geht's, let's go, los Ich drück die Daumen, dass es hilft, was bringt, ey Oh, ich hab den hier hinten, ey, Fessler, was willst du? So, ich werde das mal hier kurz schweichern, weil ich probier was aus Weil, wenn es jetzt nicht klappt, und ich hab den verschwendet, dann haben wir ein Problem Und das muss das dann jetzt sein, wenn das Teil uns so verschwendet ist So, jetzt sind hier schon geschweiert So Ich hoffe, ich nehme den Typ mit Ich hoffe, das funktioniert Oh Deswegen Weil sonst machen wir nämlich so einen schnellen Abflug und brauche ich den Zweitschlüssel nicht Oh, ja, ernst, ich hab diesen kleinen Ernsthaft gerade Ne, ich hab den kleinen Pimpfner dabei, leider, schade Das Alter, das ist doch dreckig gerade Wartet Ich mach's jetzt nochmal mit hier, aber das tut mir jetzt wirklich echt leid, weil ich muss das jetzt nochmal machen, dass das wieder eingesperrt wird, das geht nicht anders, sorry Weil Hier war ich eingesperrt und heißt, man müsste dann diese Tür öffnen Ja, geht nicht, seht ihr? Es ist es jüngster, dass du ihn durchschaues durch das Hauptgarten Das ist es jüngster, wenn du ihn durchschaue durch das Hauptgarten Die Tür öffnen Ja, das ist jüngster, wenn du ihn durchschaue durch das Hauptgarten Oh Hä Ich bin der Schraub, ich bin der Schraub. Ich finde es so lächerlich jetzt gerade, guck mal, das ist so ein Dreck, Alter, wirklich, das ist so ein Dreck, dass du für das scheißten Zweifel haben den Schlüssel brauchst, das ist so ein Dreck, Alter, ernsthaft, wenn ich wüsste, wo du da vorne willst, Alter, ey, wo ist dieser Mongo, guck, dieser Mongo ist nicht da, wo ist dieser dreckige Mongo, wo ist dein Vater, du Mongo, wo ist dein Mongo, Vater? Ey, Leute, ernsthaft, gerade Ich finde, ey, ich hasse es einfach, wie hier, einfach die blöde Kiste nicht gespawnt werden, wie wegen dem scheiß Schlüssel, Alter, hätte ich jetzt dann nicht zwei Schlüssel gehabt, einfach, aber nö, super, ihr müsst mich ja gerade Hier gerade so ver... Es ist doch immer noch offen, Alter, ey Nicht, äh, dreckige Ernstkarte Ja, 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 ausruhen bleiben bis morgen ich krieg gleich so geholfen perfekt weil das keine guter arbeit gebrauchte was ist los er kommt auch schon ich bin die setzt noch mal bei den da unten Sonst... Da vorne wäre jetzt einfach ein Mongo. Ganz einfach, weil dieser Mongo nicht da ist, Alter. Ich bin sicher, dass du, was du brauchst. Okay. Ja, klar. Ein Skelettschlüssel, oder was? Ja, gut, Herr, damit... Dann kaufe ich einmal. Weil jetzt muss ich gleich eine Fälschung anlegen lassen, weil... Das... hilft mir. Äh, ne, brauche ich gar nicht. Warte, ich gucke nochmal in meinem Betrag gleich nochmal nach. Weil ich habe es ja nochmal zurück gemacht, alles. Hm. So. Dann gucken wir mal nach. So, Lappern, entnehmen. Ausruhen. Dann noch mal bis morgen bleiben. So. Dann kann ich gleich nochmal runter, vielleicht ist dann diesmal was. Herr Heide. Danke. Ey, wo wollten ihr denn auf einmal hin? Warte doch mal jetzt. Macht hier nicht so... Macht hier keinen Abgang hier so schnell. Jetzt wird es gleich gucken. Ja, ja, weg. Hm. So. So. Mal her. Kaufen. Aha. So. Jetzt. Perfekt. Jetzt hab ich sie wieder. Jetzt hab ich zwei Stück wieder. Okay. Jetzt geht das Schlüssel nur. Also, perfekt. Danke. Danke. Ah, einmal schlafen damit her, dann krieg ich die. Cool. Einfach genial wie das jetzt ist. So. Jetzt hab ich meine zwei und jetzt ab hier. Ab hier. Ab zurück. Jetzt kann man das nochmal machen ey. Alter, glaub ich den Ding zweimal Geld ausgeben dürfen ey. Scheiß drauf grad. So. Das Geld krieg ich wieder rein. Keine Angst. Darf ich für den Herren da gleich zwei ausgeben dürfen ey. Das ist doch nicht mal witzig grade. Ernsthaft. Achtung, weg. Boah, Mann. Boah, Mann. Boah, Mann. Jetzt muss ich den Typ auch noch aus dem Schloss raus bringen, Alter. Das ist doch nervenkarte. Das nervt. So. Nochmal auf ein neues mit dem Theater hier. Sorry, dass jetzt grad nichts zustande gekommen ist grad vorhin und alles. Tut mir's grad leid. Aber jetzt kommt was zustande. weg. Hä? Ich bin jesk, jesk, jesk. Wohin, jesk. Wohin, jesk, 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 jesk. jetzt so klar ist klar junge willst du mich gerade verarschen alter ja komm jetzt mich raus kann ich was späßig gibt die gleich späßig junge ziemlich krass verarschen hatte ich dafür kann schluss mit blöd warte mal man hier raus von natürlich also ich raste jetzt hier gleich echt aus alter 20 oder hier ausrüstung das ist so ein penner ey so ein trecker dreckiger und das ist so ein trecker hund gerade gewesen wirklich ernsthaft so ein hund alter ich schenke ihn noch heiler du dreckiger hund hör auf mich zum nerven junge mit deinem scheiß hör auf ok so ich hätte für den doch kein schluss verbrauchen alle für mich hier warte mal hier bin ich eingesperrt das heißt ich brauch dann hier den und den so mein freund kommt mit jetzt yes hier ist es richtig dreckiger hund bam jaja ich bring dich zu unserem sohn jetzt keine angst mein wütend ey hä hast du Angst vor spinnen junge was ist los alter was ist nämlich hier veräppeln ey ja 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 hab ich doch gemacht gerade eben so junge ich kümmere mich schon noch mal zu nerven jetzt nicht so mein freund jetzt habe ich dich hier eigentlich draußen alle hi leute ihr seid schon wieder da ich bin wieder da ich hab kurz was gucken müssen gerade schon bin ich wieder da ich bin wieder da ich hab kurz was gucken müssen gerade schon bin ich wieder da ich bin ein mündiger so wir müssen nichts für ihn bringen ok kein wohr das ist das nix bringt Ich will dir so viel, Arisen. Danke dir. Vielen Dank, dass nichts gegen deine Aktion hat Arisen. Kein dein Leben, ich kann nicht vor dir, oder sehen mein sonnig wieder. Diese ganze Ordele hat eine Fülle über ihn. Ich hörte die Geschenke, die ich überhörte, sind in der Dutche. Vielleicht müssen wir wissen, was die Rede betrifft, dear Lowell. klar jetzt verschwindet Leute kommt schön dass wir euch helfen durften oder schön dass ich dir helfen konnte aber es hat schön dass ich euch helfen konnte die in meinem vater nur was ist los durch die helfen so jetzt ich habe ein bisschen entpackt schnell von der wand dass der kleine hier wegkommt da hast du recht arrow da hast du sehr recht kann ich dir kannst du mir glauben ja genau verschwinde hier durch das ist besser dann zurück nach kassadis schnell hoffentlich bekomme ich da jetzt noch das was ich will hoffentlich bekomme ich da jetzt noch das was ich will ernsthaft ey warum ist hier nichts verarscht die mich jetzt alle gebraten klappe halten guck mal schnell da hinten weiß ob es da hinten irgendwas gibt die verarscht mich doch gerade irgendwann könnte es sein ja ja ist gut für dich ist alles gut Leute ich gehe jetzt mal kurz hier zurück ich gehe jetzt mal kurz hier zurück Warte mal... So, dann gucken wir mal wo der kleine Fremdefeindling ist Die rostige Scheiß, ey, oh, dann willst du ja überhaupt mit dem rostigen Scheiß Jetzt kannst du dich behalten, da brauch ich gar nichts, alter Oh, der Billa, alter, das ist nicht wahr Kommt, Leute, ernsthaft ... alter Ernsthaft Ich mach deine Kurierge aus, aber ich muss das tun lassen, ciao Hier ist auch keinen Sonnenglanz Ich brauche Sandglanz Ich brauche noch ein paar Meine Güte Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich stehe irgendwo hier noch raus Kommt Weg Okay, warte mal Was ist das? Ja, da war sieben Das sind acht Neun Zehn Jetzt noch fünf Stück Ich brauche Alter Weg Ich brauche Ich brauche Ich brauche Ich brauche Okay Nein Nein Die Leute, das ist grad kacke Wisst ihr das? Freunde, zurück mit euch kommt Das sind Ernst Das ist die scheiße auch noch für Weltday Mann Das ist grad lystig gerade eben Auf mich zu nerven, die Dreckswölfe. Okay. So. Oh. Oh. Mhm. Okay. Ach, komm doch her, wenn ihr was wollt. Mach' einen Abflug. Kannst auch einen Abflug machen. Weg mit dir. Weg. Der ist jetzt so kein Problem für mich. Kannst auch aufhören. Ich brauche auf keinen Ziel, Junge. Auf mit so'n Blödschen, okay. Aber lass meine Welt zur Ruhe. Mhm. Hör auf, Junge. Lass dich aufhören, auf Leute zu schießen, okay? Okay. Hm? Was los? Oh, hier hinten. Okay. Klappe. Pfeil. Oh. Oh. oder mein liebender Pfeil ok Alter, was hast du denn vor? Du bist doch mal Jetzt kommt der Freundin Weg mit euch, komm Weg mit euch Ja, ja, schon für euch Ja Warte und sehen, was sie machen Weg mit euch So Weg mit euch Okay Wo ist er denn? Oh, Alter, wieder im Gang kam wieder Der Penner Okay Weg mit euch 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 noch auf dich die Vielen Dank.